Ich muss in das Heißkuß Butcher... ...lelelelelelelelelelelelele... Oh! Was denn? Boah, ey. Man, ey, da eigest doch schon alles oben angezeigt! Das ist los! Mach auf. Ich will auch doch nur ne Auskunft! Ey. Hallo. Bist du im Schienenersatzverkehr? Ja, ich bin der Schienenersatzverkehr. Ja, ich wollte nur wissen, wollte nur eine Frage stellen. Ah ja, bist du jetzt Schienenersatzverkehr oder nicht? Ja, wann fährst du denn? Ja, Stunde. Oh, was für schlecht gelaunt. Ich wollte nur eine Auskunft wissen. Können Sie mich dann einfach jetzt mal eine Pause in Ruhe machen lassen? Ich bin neu hier. Stopp! Herr Busfahrer! Herr Busfahrer! Ja, Herr Busfahrer, ich wurde doch mal gebeten. Zum Beispiel auch von einem Verkehrsunternehmen, die sich so ein bisschen spezialisiert haben auf Schienenersatzverkehr, wurde ich gebeten, mal so ein Video zu machen, speziell für den SEV, für die Fahrer zum Beispiel. Auch viele Fahrer haben mich schon mal angesprochen diesbezüglich, ob ich da mal nicht ein Video zu machen könnte. Ich meine, das habe ich gesagt, okay, mach's mal. Folgende Situation. SEV, Schienenersatzverkehr, Straßenbahn, Tram bzw. Zug, S-Bahn oder was auch immer, fährt nicht ausgefallen, baustellenbedingt oder was auch immer. Gleisbauarbeiten. So, dann wird so ein Schienenersatzverkehr eingeführt. Und dieser Bus fährt praktisch ja dann alle Bahnhofer an, die der Zug hätte oder so auch ranfahren müssen. Aber, wie ist denn das jetzt? Ja, ihr steht da an so einem Bahnhof und ihr seht da so einen Bus. Da ist schon vielleicht oben drin so Pausezeichen, SEV oder sowas schon drin. Und der Fahrer sitzt irgendwie ganz geschillt am Arbeitsplatz oder irgendwo hinten und isst sein Brötchen. Und ihr kommt dann da an, ja, und nervt. Was? Ja, aber wir wollen doch nur eine Information haben. Ja, das ist ja richtig. Aber, liebe Leute da draußen, bedenkt doch bitte einfach auch mal, dass wenn die Türen zu sind zum Beispiel oder er auch einfach nur draußen steht und raucht und nicht an dem eigentlichen Startpunkt des Schienenersatzverkehrs, also sprich, er steht zum Beispiel an dem Bahnhof, ja, wie bei uns in Hameln, auf der linken Seite. Dann steht der halt nicht ohne Grund auf der linken Seite, ja. Ja, er wird schon rechtzeitig zum Startpunkt kommen, ja, meistens bei uns in Hameln ist es zum Beispiel der Bussteig C, ja, dort ist dann auch so ein kleines Schildchen und ansteckend Schienenersatzverkehr. Dort wird das schon rechtzeitig zur Abfahrzeit hinkommen, ja, auch wenn er mal zwei Minuten später oder drei Minuten später da hinkommt. Er wird kommen, ja, okay, wenn es da denn ist, ist wirklich kein Schienenersatzverkehr eingeführt worden. Ähm, aber wenn er doch schon abseits steht, irgendwo am Bahnhof, ja, irgendwo, ähm, und draußen raucht oder irgendwas anderes macht oder im Bus schillt und, ähm, ja, Pause macht, im wahrsten Sinne des Wortes, eigentlich jetzt schon offensichtlich ist, dass er sogar Pause macht, wie zum Beispiel jetzt hier auch bei uns hier in dieser Beschilderung oben, ja, Kaffeetaste drin und, ähm, noch am besten Pausezeichen drin oder wie auch immer, dann gönnt ihm doch auch diese Pause, ja, das ist praktisch ja die Erholung. Ihr möchtet ja auch nicht, wenn ihr ja irgendwie Pause habt, ja, auf der Arbeit oder so, möchtet ihr auch nicht unbedingt immer gestört werden und das dann, keine Ahnung, zum Beispiel ich jetzt mal bei euch einfach reinplatze und so sage, so, hey, ja, na, alles gut bei dir und so, komm, lass mal ein bisschen schnacken und ihr habt halt gar keine Lust drauf, ne, so, das müsst ihr ja mal bedenken, ne. Ähm, das gilt nicht nur für den Schienersatzverkehr, ne, wenn oben zum Beispiel keine Schiebeschilderung drin ist, aber auch sogar welches, wenn eine Schiebeschilderung drin ist und man irgendwo abseits des eigentlichen Bussteiges steht, dann lasst die Fahrer doch einfach ihre Pause machen, ja, das dient ja letztendlich zur Erholung und zur Sicherheit für euch. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass egal, was da oben dran steht, ähm, Fahrgäste immer wieder ankommen und den Fahrer nerven, im wahrsten Sinne des Wortes, in dem sie dann klopfen und so, irgendwann fährt in der Schienersatzverkehr. Ja, dann, wenn der Bus an dem zuständigen Bussteig steht, ja, also so einfach ist es, dann warst man einfach da, ja. Ja, und wenn es nur, ja, einmal passieren würde, das könnt ihr euch natürlich vorstellen, im Zug werden ihr weitaus mehr Leute transportiert, also befördert, nicht transportiert, als jetzt in einem, in einem Bus, ja, also in dem normalen Linienverkehr. Ja, dann stehen dann da so, im schlimmsten Fall so 50, 60 Menschen und jetzt kommt im Abstand von einer Minute, ja, der Fahrer hat vielleicht eine Stunde Pause, es kommt in einem Abstand von einer Minute immer wieder einer dahin und fragt, wann fahren sie, wann fahren sie, wann fahren sie, wann fahren sie, wo ist der Schienersatzverkehr, wo muss ich hin? Und das innerhalb von jeder Minute, bei 60 Leuten, macht schon eine ganze Stunde wieder aus. Und wie soll sich dort der Fahrer denn dementsprechend erholen, wenn er ständig innerhalb 60 Mal, in 60 Minuten, jeden Fahrgast praktisch darauf hinweist, tut mir leid, Pause, tut mir leid, Pause, da kommt ja gar nicht zur Erholung. Deswegen mein Appell und auch des Busunternehmens, die darauf spezialisiert sind und auch im Namen aller Fahrer und Fahrerinnen, die im SEV fahren, wenn ihr da ein Bus stehen seht, wartet doch einfach vielleicht, bis der Bus an der Haltestelle ist. Wenn ihr eine Information haben möchtet, auch allgemein, ja, ist es eh empfehlenswert, immer die Busse, also den Busfahrer oder die Busfahrerinnen anzusprechen, die zum Beispiel schon an der Haltestelle stehen, ja, die können euch ja auch auskünftigen, weil die ja vielleicht gleich wieder abfahren oder so. Die können doch sagen, so von wegen, ja, musst du auf Bussteig B oder auf Bussteig C. Aber alles, was so irgendwie abseits von eigentlichem Abfahrsteig steht, ja, oder auch wenn dort mal einer steht und oben die Beschilderung drin ist, dann lasst das doch, das steht doch oben drauf, Pause, ja, dann gönnt ihm doch einfach auch diese Pause. Gibt es ja auch so Situationen, dass es ja sozusagen, also Verzahnungsmuchten gibt, ja, und dann steht er dann da vielleicht in der letzten Bucht, ja, oben schon drin Pause und ihr kommt dann da an. Ja, das ist, ja, natürlich sind auch viele Fahrer und Fahrerinnen bereit, auch Auskunft zu geben, ja. So mal machen wir eine große Anlage so, ah, China-Leist-Verkehr kommt in der Stunde. Dann hat aber dann der nächste People, der vielleicht kommt, das gar nicht mitbekommen und der klopft dann wieder an der Tür. Also, es ist eigentlich, ist das immer so ein Wackspiel. Ähm, ich, äh, es ist schwierig, ja, es ist schwierig in dem Sinne für uns Fahrer, weil, und Fahrerinnen, weil wir uns einfach nicht wirklich, richtig erholen können, weil es irgendwann auch mal, und ihr wundert euch, ja, muss man ja ganz krass sagen, warum denn dann die Busfahrer oder die Busfahrerinnen des Schiedler-Würzecker oder auch des Linienbetriebes einfach irgendwann pampig sein, ja. Ich meine, ihr müsst euch das so vorstellen, ihr steht irgendwo, ja, als Privatperson steht ihr jetzt irgendwo so mitten in der Stadt. Und jetzt kommen von allen Seiten irgendwelche Menschen und haben euch eine Frage. Das würde euch doch auch irgendwann theoretisch doch ein bisschen überfordern, ja. Und dann würdet ihr auch sagen, so, Alter, lasst mich in Ruhe. Lasst mich jetzt in Ruhe, ne. Ich meine, logisch, ne. Und so ist das bei uns hier ja auch, ne. Wenn oben Pause drin steht, dann lasst uns die Pause, ähm, wenn wir draußen stehen, dann kann man ja fragen, so, schuldigen Sie, können Sie uns vielleicht mal eine Frage beantworten, ob wir das dann tun oder nicht tun? Das ist dann dann letztendlich jeden Fall allein überlassen. Also ich zum Beispiel, wenn ich im Bahnhof mal stehen sollte, ähm, und ich bin draußen, mit mir quatscht man ja eh immer, und dann kommt jetzt ein Fahrgast an und sagt so von wegen, so, hier, können Sie mir mal sagen, wo der Bus und das, oder wann fahren Sie ab, oder wo fährt der Bus da und dahin? Dann weiß ich entweder meistens immer da auf der Anzeige, da oben steht es ja auch dran, ne, so, da, ne. Oder ich sage denen das halt einfach auch mal. Das ist immer situationsabhängig. Aber manchmal mache ich auch wirklich dann die Türen zu und dann stehen sie trotzdem laut und klopfen, ne. Also, ja. Ähm, einfach mal so ein bisschen nachdenken, Bus anschauen, was steht oben dran, ja. Auch wenn Ziellinien dran stehen sollte und der aber abseits steht, wo steht der Bus? Also, einfach sich darüber mal ein bisschen ein Stück weit Gedanken machen, ähm, dann habt ihr vielleicht Glück und der Fahrer ist zufrieden und grinst euch dann an. Oder wenn ihr, wie gerade im besten Beispiel, alle 60 Minuten kommt jede Minute einer, ähm, da ist natürlich dann auch jedermann genervt. In diesem Sinne, ihr wisst natürlich wie immer, was ihr zu tun habt. Lasst mir ein Like da, diskutiert, kommentiert, argumentiert, wie sind da so eure Erfahrungen? Seid ihr auch jemand, der immer ständig zu den Fahrern erhielt und sagt, so, hey, sag mal, bist du SEV für die S-51 oder so? Lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen, bin gespannt auf eure Antworten. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Video. Und immer dran denken, ein gut erholter Fahrer oder Fahrerin ist auch eine gute Fahrerin. Also, so, jetzt bin ich halt wieder raus. So, Tschüss. Tschö, mit euch. Muss was tun. Ja, muss arbeiten. Ja.